Was haltet ihr von Homo-Ehe? Bäh! Trainiert eure Schwanzmuskeln! Und küsst euch! Trainiert doch deine Schwanzmuskeln! Zeig doch mal Eier! Ihr seid die besten! Dankeschön! Wo ist Micky Maus? Das Clubhaus! Schwanzmuskeln! Eibern Eckchen! Schön auf der See! Köppeln in der Schwachsache! Schwanz in die Höhe! Lars Bessermann Hallo? Wieso hat Lars einen Giraffenhals? Du hast echt einen Giraffenhals! Das ist halt so... Lars Furz will ihn mal in die Höhe! Also kurz in die Höhe! Und dann nochmal! Mal! So jetzt! Pfff! Pfff! Und jetzt heu ich einmal! Pfff! Pfff! Ihr müsst immer ne kurze Pause machen! Und dann nochmal! Pfff! 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 Wenn man fragt wo Muskeln drin macht! Man muss immer manchmal kurze Pause! Und dann nochmal! Also so! Und dann! Rücken nicht! Bewege! Achso nicht! So wie ich es gerade gemacht habe! Lass ihn mal ganz unten! Boah! Das hat geknallt! Oh! Alles klar! Komm! Ich führe dich mal! Also führe! Bei der Haltung! Dann! Achso! Aber der Rücken nicht bewegt! Achso! Oh! Das ist wirklich? Ah nee! Das geht auch! Das geht so! Üben! Da muss man liegen! Dann trainiert man den Trebsitz! Ah ja! Aber das machen wir jetzt nicht! Ah ah! Oh Gott ey! Da geht es so! Guck! So! Ja genau! Ich bin keine Nude! Und dann gibt es noch! Auch für die Schultern! Der Oberarm wollte ich gerade so trainieren! So! Aber mach du das mal! Das? Meinst du das? Das? Ja! Das ist zeitlich! Ja! Das ist mein Jahr! Das? Ja! Dann komm mal! 90 Zuschauer! Vor 90er! Ja! So! Neue! 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 ich euch ein Blasen behindert. Willi da ist ein Video online wo du Ock und Lederstiefel an hast. Ein neues Video ihr müsst sehen. Okay dann komm, wenn wir sehen würden und zeigen musst. Doch dann habe ich etwas gefunden. Es ist ein altes Video. Ich war schockiert was ich habe. Lass winken. Alter dich behindert. Lass. Ich war mir erst mal nicht sicher aufpassen. Es wurde immer merkwürdiger. Boxt du. Ausrasten. Lass wichsen. Keine Ahnung was ich da gesagt. Bizeps. Blödsinn. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nein das ist nicht wahr. Blödsinn. Was sagst du? Scheiße. Nein natürlich nicht. Willi das Video ist echt. Wie macht ihr das mit solchen Videos? Ich will die letzte Moral schon sein. Schnauze. Lass. Richtig Mutant. Lernt erst noch Lesende vor ihr Punkt. Lass du Heuschrecke. Hey. Trainiert noch weiter eure Streichholzarme. Soll ich überhaupt nur. Wie hast du die Übung, wo man mit langen Handeln lege das hoch und drunter macht. Willi kann nur Röcke und Lederstiefel tragen. Ja ja. Matze ist ein Tier. Dankeschön. Lass hat Laucharme. Sollen wir einen Armbrücken machen? Nein. Und wie die Übung heißt? Schwanz drücken. Ich glaube da nicht. Schwanz drücken. Wie soll das gehen? Klatsch mal alle ganz laut. Okay. Okay. Sobald ist. Okay. Sobald ist. Okay. Wir müssen auch Gletscher nicht machen. Oder was? Warte. Nein. Nein. Wenn wir erst 3, 2, 1 und dann machen wir den. Nein. Nein. Wir können los. Jetzt keine Bock mehr. Matze, Fuß, Lars. Mal so krass. Und ich fresse das schon wieder. Keu Anstand. Ist Eier von euch schon acht. Nein. Ichuarraak-ie… Vielen Dank.